Ah, komm! Nicht Zombies beißen! Die hätten hier voll in den Arsch gebissen. Ja, deswegen geht's jetzt auch los. Die Zombie-Apokalypse. Irgendetwas hat ihnen Angst eingejagt, würde ich mal sagen. Wir unterstützen ihn jetzt erstmal, weil wir brauchen ihn wahrscheinlich noch. Ich finde immer noch diesen Grafikstil relativ cool gemacht, was Telltale da verwendet. Das ist ein Krebs. Hallo! Nee, ein Krebs. Streuner! Das Streuner finde ich nicht so toll. Das ist Walkers. Das ist viel cooler. Abgetrennter Arm. Uncool. Schüttel die Hand! Okay, hier geht's nicht weiter. Eieiei. Da können wir viel angucken. Äh... Ich auch. Ja, wir schauen jetzt erstmal... Das ist die Mobjack! Natürlich ist das... Okay, da war aber auch noch was. Wahnsinn, geschweißt hier irgendwas. Platte. Können wir jetzt mit ihm reden? Nö. Boah, äh, zerbrochenes Fenster oder Leiter? Nehmen wir Leiter. Würde ich auch nehmen. Ich glaube, das hält nicht. Und dann kannst du immer noch beim Fenster rein. Okay, so falsch waren wir gar nicht. Das war's jetzt schon. Ne, ne. Oh, oh. Schnell, 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 komm! Scheiße! Jetzt mach zu! Ah, zieh, 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 zieh! Tod im Wasser! Ein Trophäe erlangt! Ein wunderbares Spiel. Ich liebe The Walking Dead. Diese Serie ist echt super. Gerade für ihre... Schockmomente. Brauchst nicht aus dem Fenster schauen, da ist nix. Was schneit da? Ja, ich glaub schon. Ne. Schwimmend zurück wär... Sau blöd, die Idee. Aber sowas wie das da, das kann man essen, wenn man am Verhungern ist. Oh, okay, okay. Floßschrank. Öffne man. Mehr als ein Zombie kann nicht drin sein. Mhm. Ein Eisenstaun, oder was? Mhm. Baustrahl. Abholen? Mhm. Ja, aber warum soll ich die abholen? Das ist doch ein bisschen... Bank untersuchen. Also mit ihm können wir nicht reden. Schauen wir uns die Karte an. Vielleicht... ... ... ... ... ... Okay. Wie läuft man eigentlich nochmal schneller so? Okay, da geht's nun mal nicht weiter. Hier ist auch nichts. Ja... Dann öffnen wir mal die Tür. Weil ansehen bringt in solchen Fällen nichts. Da würde ich die Stahlstange verwenden. Ja. Nice. Die Machete ist zu wichtig. Okay. Da ist wieder so eine Krähe, Rabe, was auch immer das sein soll. ... ... ... ... ... ... ... ... Er ist doch ein Feigling. Machen wir es selber. ... ... ... Das bleibt eh immer an uns hängen, weil wir der Spieler sind. ... ... ... ... ... Ich habe was gesehen, was ich nicht sehen möchte. Da war eine Hand. ... ... ... ... ... ... ... knüppeln was aufkommt kommt kommt und vorsichtig da ist ein zombie lade walten keine ahnung also es gibt nur sieben trophäen glaube ich in dem teil dann ist es die erste season also jede trophäe für ein kapitel also wir sehen dann zumindest wenn wir uns dem ende nähern durch die trophäen dies wurden gefesselt das heißt die leute das heißt aber er ist nicht zwangsweise gut für uns ok jetzt bin ich der meinung wir sollten uns von diesen leuten fahren halten oh gott okay oh gott arbeiten nervlich mit arbeiten wir arbeiten gerade wäre schön wenn wir das damit könnten aber nein das muss zu klein ich höre jetzt haben wie es ja das höre ich auch das ist möglich ja ok die zombies können ja durch das fenster fallen oh mein gott wurden die wurden auch alter ja wie pervers ist es denn die haben die nach hin gebunden den kommt das ist unfair dem gegenüber zudem verrät er uns wenn noch überhaupt was von ihm in der richtung da war ja ich will jetzt aber nicht dadurch ich will mich erst umschauen vielleicht finden wir noch eine knarre oder sowas das sind amis da jeder eine waffe genau dieses und für alle die jetzt auf twitch oder youtube mal zuschauen ihr könnt diesen follower beziehungsweise subscribe abonnier schräg schräg abonnier button gerne vergewaltigen oder einfach drücken meine ich ja sporttasche kein anzeigen vom menschen wachsam müssen wir so oder so bleiben wachsam müssen wir so oder so bleiben wachsam müssen wir so oder so bleiben zähl den zügen gibt es an magazini Es ist Munition, aber keine Waffen dazu. Ja, die finden schon. Antibiotika, Pfirsiche, Zigaretten ist immer wichtig. Zombies rauchen gerne. Ja, genau. Die rauchen wie ein Schlot. Ja. Bei denen macht er nur ein Grips nichts. Das stimmt. Er hat nur damit aufgehört, weil er keine mehr hatte. Ja, genau. Was hast du zu trinken? Ja. Das war immer so ein Energy-Mits, der ist unten in der Schublade. Ja. Sofort geht es weiter. Ich habe gerade keine Hand frei. Also gerade Antibiotika, wenn du keinen Arzt mehr hast oder so, ist immer hilfreich. Weil wenn mal was ist, wie du krank wirst, ist es immer besser, irgendwo was herzubekommen oder schon was zu haben. Ja, ja. Das hilft mir leider nicht so. Das haut bei Zombies rein. Da werden sie nur steifer. Da ist, was ist, was ist denn das? Fluchtbohrtasche geben. Da ist, was ist denn das? Fluchtbohrtasche geben. Da ist eine kleine Daumen liegen. Da ist, was ist denn das? Fluchtbohrtasche geben.